Hügelig Ui, so ziemlich wüstig Wo ist der Hund? Ich würde jetzt nachher beraten, was da für eine Katze war Da ist etwas Spezielles drin Man schmeckt nach nix Mit ihren chinesischen Freunden Bewerben im Chinesischen In Washingtonen sehr, sehr gut Es gibt eine Katze aus激len So, die Katze kommen Sie können die Katze sich selbst aus dem Knobloch Das ist ein ein bisschen zu benutzen Bewerblich Ich habe die Katze in Daryden Das ist ein fünf Viertel Ich habe die Katze in der Stadt Das ist in der Stadt Ich glaube, ich wusste noch so einen Schieter auch gar nicht. Oh, das ist nicht du, das ist er. Ja, 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 das ist er. Wir bringen immer leckeres Essen aus China nach Deutschland. Das ist hier nicht zu kaufen gewesen. Wir suchen aus die Top 3. Wenn wir die haben, dann kriegen wir dann irgendeine Haustüre und poppen sich die Menschen. Ach, wow. Ich glaube, ich lerne die Adresse von mir. Straße 2. Das ist direkt da vorne. Warte mal, in China? Nein. Asien? Nein. Nein. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen in diesem Leben. Okay. Hab ich es gern Asiates essen? Ja, auf jeden Fall. Ja, das tue ich. Wo ist der Hund? Achso. Der Hund. Super, super. Das ist vegetarisch. Vegetarisch. Vegan heute. Seitan? Ja. Und was war hier? Seitan? Ja. Kein Tag ohne Knoblauch ist möglich, aber sinnlos. Ja. Ist es Reis oder? Ist es aus Mehl genommen? Ah, aus Mehl. Ja, aus Mehl. Mhm. Das ist wie so ein kleiner Schrank mit so Schubladen. Macht man den Teig, legt das da rein mit kommendes Wasser und dann dämpft es. Wir sind auch der Frage nachgegangen, warum eigentlich die Menschen meistens in China mit vielen Menschen verbinden. Was sind die ersten drei Dinge, die euch über China einfallen? Viele Menschen. Das ist heute jetzt ein Essen aus einer Region in China, wo wenig Menschen leben. Bist ihr die Einwohnerdichte in Gansu? Ja. Was willst du schätzen? Zehn Leute pro Quadratkilometer. Oh, ist ja ein bisschen wenig. 50? 100. 200. 200. 200. 300. 50. 50. 50. 50. zu 50. und dann sind wir da noch in die Gobi. Das war ein geiles Abenteuer. Sieht nach sehr regionalen Produkten auf jeden Fall aus in der Landwirtschaft. Unfassbar schöne Gegend. Eine Sekunde, warum ich mal nach China gehen will, weil ich glaube, das findet man hier nicht so, diese spitzen Berge und alles und so. Also das ist super, so kann man Region näher. Das ist sehr schön. Ihr esst mit Stäbchen? Aber das dann bitte nicht würden, wenn ich es mir mit Stäbchen... Das bringen wir dir gerne bei, ja natürlich. Ach, sehr gerne, weil da stelle ich mich immer sehr doof an. Weiter nicht. Zu kompliziert, zu kompliziert. Ich kann mir ja gar nicht sagen. Das Allerwichtigste ist immer, dass die vorne gleich lang sind. Das ist halt einfach so, indem du die immer so nimmst und auf irgendeinem Punkt in den Teller lebst. Und dann hat man das eine fixiert mit Daumen und mit dem oberen führt man dann an. Ja, dann probieren wir mit dem Baby und Stäbchen. Was erwarten Sie von dem Essen? Was ich von dem Essen erwarte, dass es erstmal schmackhaft ist. Die Geschmacksexplosion auslöst, wenn ich den aus dem Bissen mache. Es riecht schon gut. Es kann auch sein, dass es ein bisschen säuerlich ist durch Backkomponenten. Und ich bin neugierig, wie jetzt diese Nudeln schmecken, weil ich das nicht kenne. Ich würde jetzt nachher beraten, was da von der Katze war. Also das ist jetzt der große Test. Können Sie Ihren chinesischen Freunden sagen? Das müssen wir probieren. Das ist wirklich lecker. Ich denke, es klingt auch schön. Schmeckt sehr gut. Ich finde auch die Schärfe ist auch voll angenehm. Das ist auch geil. Die kommen mit Knoblauch, Sesam. Ja, das ist so. Die Nudeln. Lustige Formen. Da ist etwas Spezielles drin. Diesen Geschmack suche ich schon ewig. Ohne Spaß. Kein Witz. Ich bin voll Fan. Habt ihr auch irgendwo einen Laden? Okay. Das hast du nur nicht jeden Tag geschaut. Die haben mir einen Kai gewartet. Das ist super lecker. Das ist immer so leckerer Witz. Das ist ein Jahr. Die Fülle sind ja schnell. Geschäfte genießen lassen, oder? Asiatisch also gerne. Aber kinesisch tatsächlich nicht so viel. Aber ich glaube, das muss sich ändern. Halt immer mal. Danke, danke. Mama, muss man machen? Mama, geht's doch nicht gerne mit dem Bild. Wenn wir mit dem Bild schicken. Wenn wir mit dem Bild schicken, dann vermissen wir den Tag. Ich weiß nicht, dass es immer interessant ist mit Asiatisch genießt, Nur ein bisschen Zucker, die sind sehr komplex. Wann kommt die Auflösung? Wann? In der Katze. Dröberin. Eating to the jungle. Also es schmeckt sehr gut. Yang Pisa. Yang Pisa. Yang Pisa. Können Sie Ihren chinesischen Freunden sagen, schmeckt mir. Schmeckt mir. Und wer macht eine Challenge mit den anderen Regionen? Genau. Tolle Sache finde ich, echt. Und so ein bisschen Open Mind sein und andere Kulturen einlassen und so. Ihr dann? Ja, das war eine ganz gute Erfahrung. Eine coole Aktion, was ihr hier macht. Ja, danke schön. Ihr seid jeden Sonntag hier, oder? Da müssen wir mal ein bisschen über die Location sehen. Heute ist ich bei Tani Lai, die die Leute am besten. Ich habe die Rang Pisa bis zum Schluss nicht gegessen. Sie haben auch nicht gedacht, dass die Chines auch so eine gewisse Fünfte. Ja, das ist eine wunderschöne Landschaft. Da wird man gleich hinreisen wollen. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Auslandsreihe, also so außerhalb Europas, nämlich hinbekommen. Aber wenn das Essen so gut ist und ganz so, dann überleg ich mir das mal. Da findet einfach ein bisschen Farbe drin. Also natürlich aussehen ist es jetzt nicht wie in der Sterneküche, aber man merkt einfach, das ist Haus man frisst. Geruch, sehr lecker, so dieses Chiliöl. Ja, so sehr Knoblauch-intensiv. Ich mag eher so so neutrale Sachen. Es ist auch neutral. Ich liebe es. Das fühlt sich an, als wäre es noch nicht ganz fertig. Genau, stimmt. Jetzt müsste man es noch ein bisschen länger drin haben. Weil es so einen Stand gibt, würde ich das draußen. Das würde ich machen, ja. Es ist nicht so skeptisch, dass man sagt... Tatsächlich schon, weil es auch ein leichtes Essen ist, fühlt sich jetzt hier mittags in der Sonne eigentlich richtig gut danach. Und es ist nicht so schwer. Französischer Crepe mit Chiliöl. Ich glaube, das Einzige ist es mit den Nudeln. Aber ansonsten, glaube ich, wird man das gut selber hinbekommen. Acht Euro wäre zu viel für mich. Normalerweise hätte ich gesagt, teuer. Aber mit der Inflation würde ich sagen... nochmal ein巴me Engel. Auf Wiedersehen wir was auf einen Level 8.5. Nachdem ich gesagt habe hier jetzt nochaha. Gute 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 Gute...